moin moin liebe leute und herzlich willkommen zurück zu unserem let's play von baldur skate 3 wir sind hier im tempel der göttin schar und bei den proben der schar und haben hier eine täuschungsbestie erledigt und wir haben schon gesehen dass wir auf jeden fall sehr viele gegner auf uns warten ich gehe nicht davon aus dass wir mit uns sprechen werden weil die auch schon direkt in den kampf eingestiegen waren deswegen werden wir mal gucken wie wir an die ganze sache rangehen werden jetzt erstmal gucken was die täuschungsbestie hier hatte 85 trefferpunkte ganz schön viel aus wie so ein panther ja ihr könnt ruhig mit hier runterspringen das hasse ich ja dass wir manchmal an so abgründen einfach stehen bleiben und nicht von selber runter springen so wir werden auf jeden fall mal schleichen so da sehen wir die nämlich und ja sie haben schon direkt hier das angriff symbol ich weiß nicht ob wir uns das jetzt hier versaut haben mit dem angriff auf die täuschungsbestie aber mit der hätten wir glaube ich auch nicht sprechen können deswegen ja habe ich dir halt direkt angegriffen mal darüber wir versuchen dass man mittel ist vielleicht kommen die danach aha er schafft so austarion schafft es nicht aber doch jetzt okay wer ist denn das überhaupt da hat auf jeden fall ein paar resistenzen kälte resistenz stufe 10 wow so wie denn eigentlich für eine stufe 7 sind ein bisschen drüber auf jeden fall haben wir jetzt hier eine gute position und die haben jeweils 45 treffer punkte ja vielleicht teilen wir unsere leute sogar schon mal ein bisschen auf weil das scheint ein harter kampf hier sonst zu werden ich glaube du kannst auch hier bleiben hauptsache lezell ist da drüben dann starten wir mal ein angriff hier am besten auf den erstmal ja kommt denen wir jetzt hier und ja da geht es auch schon los die gegner sind überrascht sehr schön kommentiert nur noch 26 treffer punkte genau so soll das sein liebe leute ja wir können nichts machen wir verstecken uns mal nochmals und gehen wir so ein und wir machen hier mal eine schöne durch wolke jo der schon mal weg zurück zum absender lezell ist inspiriert und lezell ist sogar mit stufe aufgestiegen tötte raphaels alten feind ach guck mal das war der typ hier naja gut dann haben wir das schon mal erledigt sehr schön ja und dann schubsen wir die noch mal runter sehr gut ich mache das jetzt mal ein bisschen taktisch ich werde mich hier mal hinter der dolch wolke verstecken in der hoffnung dass die gleich hier rüber kommen ok die sind alle noch überrascht ich glaube dann dürfen wir gleich sogar noch mal damit stand jetzt können wir da vielleicht schon mal rüber gehen ok alles klar treffen wir die von hier irgendwie schön ok man muss ein bisschen aus dem weg gehen hauptsache wir treffen einen von denen hier den treffen wir den treffen wir dann machen wir das das brauchen wir nicht beide tut damit haben wir schon mal einige gegner aus dem rennen 45 gegner verbleiben hier noch ok genau du warst auch fertig soweit lezell eigentlich wäre das schade jetzt hier zu warten die deutsch wolke hat irgendwie jetzt gar nicht so viel gebracht möchte ich dann gerne weg machen gläser hier keinen schaden kriegt ja komm schon jetzt gerne zwischenspringen ja komm schon ich habe es soeben schon gehabt da hier im schächer oft fehlgeschlagen auch das noch ok jetzt kommen wir schon mal 22 trefferpunkte ok die werden wir wohl nicht wieder blieben können hier treffen wir nicht gut was machen wir am besten ich muss sagen bei schatten herz ist es immer schwierig irgendwie wenn ich noch irgendwas anderes und tute sind es ja nicht so was denn hier unholde güter des glaubens reicht auch nicht es wäre eigentlich zu schade den jetzt schon einzusetzen weiß ja nicht was noch kommt ok zumindest haben wir getroffen das ist auch schon mal was das ist ein probleme da könnte man sehen jetzt gegen alle hätten kämpfen müssen sollten den immensen vorteil mit dem schleichen das ist wirklich okay hier in baldos geht ich hoffe wir sind noch versteckt ja sehr gut wir gehen da in die ecke auch mit muramann können wir mal nebel schritt machen ja sehr schön dann sind die nämlich schon mal weggehauen hier der hat gesessen wunderbar den können wir vielleicht nochmal auslocken ja der ist zumindest benommen nochmal gucken ist bei weisheits rettungswürfen im nachteil kann keine reaktionen ausführen und verliert den geschicklichkeitsbonus auf die rüstungsklasse dann können wir sogar uns hier nochmal als kleine mauer aufbauen sehr gut ja jetzt wäre nur amon im weg jetzt aber glaube ich nicht mehr das ist echt mächtig der sonnenstrahl schade ich dachte wird auch noch geheilt blind und die bezaubernde war oder hat seinen rettungswurf geschafft schade so die weiß wenn man direkt damit teilen uns noch mal ein stück und dann schalten wir den aus wunderbar geschafft ja das werden wir erfahren schade kurze rastein legen und schon wissen wir fast komplett geheilt so stufenaufstieg mal gucken hexenmeister entscheidung ausstehend ach so für ein talent wahrscheinlich zauber was haben wir denn hier für neue zauber alles nicht so besonders ich weiß gar nicht ob wir noch beim hexenmeister bleiben sollen oder und ob wir uns da nicht anders um orientieren ich weiß bloß nicht in was was würde hier sinn machen vielleicht so ein todesritter halb hexenmeister halb paladin das wäre doch eine coole idee glaube ich dann kürzt schon mal mittlere rüstungen tragen eiter ahnen bestreitet auf der seite des lichts im ewigen kampf gegen die dunkelheit um die helligkeit des lebens und die schönheit der natur zu bewahren du folgst dem ideal des ritters in strahlender rüstung und handelst ebenso ehrenvoll wie tugendhaft in dem bestreben die schwachen zu beschützen und gutes zu tun du bist bereit deine eigene reinheit zu opfern um unrecht zu sühnen und jene zur rechenschaft zu ziehen die furchtbarste sünden begangen haben mach des inquisitors deine waffenangriffe oder die eines verbindeten bewirken zusätzlich vier gleißenden schaden und können ziele einen lang einen zug lang bis benommen machen alter vergeltung lehren paladine vom alter vergeltung richten sich nach folgender lehre bekämpfe das größere übel nutze deine weisheit um unter allen umständen die höhere moral zu bestimmen und kämpfe für sie ja weisheit haben wir halt nicht das ist eigentlich totaler quatsch wird hier auch von weisheit gesprochen irgendwie nicht warum sollte weisheit wichtig sein für den paladin haben hier stärke ist wichtig okay aber moment mal lass uns das noch mal abbrechen beschwöre eine waffe in deiner hand die verwendet den zauberwirken attributs modifikate des anwenders und ihr waffenschaden ist magisch ein bonus oder malus basierend auf dem attribut mit dem der klasse zauber wirkt ist dann stärke unerheblich wenn wir hier mit dem pack der klinge angreifen würden ich glaube das probieren wir mal aus wir können ja im lager notfalls auch komplett einmal zurücksetzen ich würde hier einfach den paladin jetzt mal nehmen und wir machen hier den eid der vergeltung wir versuchen es mal leute in der hoffnung dass wir dann halt auch noch mal zusätzliche angriffe bekommen so schatten herz ich glaube schon jetzt kann auf kleriker bleiben das ist eigentlich gar nicht schlecht wie kriegen wir jetzt noch mal zauber so gut gehen schild des glaubens die kümmerung wegnehmen verbannung verbandet ein ziel vorübergehend auf eine andere existenz ebene todes schutz schütze eine kreatur vor dem tod was sollen wir hier wieder beleben das ist so unnütz der zauber also weiß ich nicht wir können den doch auch einfach nur mit also wenn er ganz tot ist wahrscheinlich ich wollte gerade sagen weil wenn er am boden liegt können wir den doch auch einfach mit dem ganz normalen heilungs zauber wieder ins match holen heile eine kreatur von krankheit gift leben oder blindheit ich würde das mal mitnehmen so talent ja jetzt ist wieder die frage alle fragen weisheit würde ich gerne noch ein punkt drauf haben eigentlich lass uns mal gucken wo man vielleicht einen punkt dazu bekommt auf weisheit oder warte mal was hat sie denn für rüstungen mittlere rüstungen glaube ich das passt eigentlich auch da haben wir schon den meister ausgewählt ok kampf erprobt der zauber wirker wisst ihr was wir nehmen c dein trefferpunkte maximum wird pro erreichte stufe um 2 erhöht oder schildmeister du erhältst einen bonus von plus zwei bei geschicklichkeitsrettungswürfen wenn du einen schild führst wenn ein zauber dich zu einem geschicklichkeitsrettungswurf zwingt kannst du eine reaktion verwenden um dich zu schützen und den schaden des effektes zu verringern scheitert der rettungswurf erleidest du nur den halben schaden ja meister der kampfkunst ich glaube ich würde sie nehmen einfach damit wir hier mehr treffer punkte bekommen dann liegt schatten herzig so schnell am boden ja es war ja wir können spezialisierung auswählen hier wir wollen mal gucken wir bleiben bei waldläufer glaube ich würde ich sagen wir können sogar einen zauber auswählen herr der tiere als herr der tiere wählst du dir einen tiergefährten und gehst mit diesem eine intelligente bindung ein die sich im kampf und darüber hinaus vertieft düster pirscher du tauchst wie ein grausiges geschenk aus der dunkelheit und schatten auf und machst deine gegner nieder ehe sie auch nur schreien können das passt glaube ich ganz gut zu uns lauerei des schreckens du bist darauf spezialisiert gegner rasch und rücksichtslos auszuschalten du erhältst einen bonus von plus drei auf initiative in der ersten kampfrunde ist deine bewegungsrate um drei erhöht kann in der dunkelheit bis zu 24 meter weit sehen verstecke dich durch erfolgreiche heimlichkeitswürfe vor gegnern bleibe im dunkel und vermeide gegnerische sichtlinien hülle dich in schatten um unsichtbar zu werden wenn du verschleiert bist zehn züge lang ok die unsichtbarkeit endet aber wenn du angreifst oder einen anderen zauber wirkst jäger jäger suchen sich die gefährlichste beute in ferun von uralten drachen bis hin zu riesigen horden von untoten passiv werte erhalten du bist darauf spezialisiert gegen bestimmte gefahren zu kämpfen wähle eine der folgenden merkmale aus koloss schlechter einmal pro zug verursacht dein angriff mit einer waffe zusätzlichen schaden wenn das ziel weniger trefferpunkte als sein maximum besitzt wenn dich eine kreatur von mindestens größer größe angreift kannst du deine reaktion einsetzen um einen nahkampfangriff auszuführen ordnbrecher erziele auch zwei kreaturen die beieinander stehen um sie in rascher folge anzugreifen gilt das denn auch für fernkampf das wäre super wenn wir schleichen und gleich zwei gegner mit unserem schleich angriff ausschalten könnten ja düster pirscher weiß ich nicht also das ist schon guter boni hier aber das zum beispiel haben wir schon bei die die anderen sachen brauchen eigentlich nicht ich würde das einfach mal auswählen und hier den hordenbrecher nehmen ah ja genau hier hordenbrecher fernkampf ziele auf zwei kreaturen aha ok aber das ist halt der angriff dann und nicht der schleich angriff ok da würde ich glaube ich düster pirscher einfach mal nehmen oder sollen wir auf jäger gehen oder sollen wir auf jäger gehen ich bin da echt unschlüssig was haben wir denn hier noch so riesentöter gehen jetzt auf düster pirscher ja das muss immer ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen hier so talent da wollte ich auf jeden fall auch 10 nehmen okay das haben wir schon so stärke können wir da noch mal attributs verbesserungen nehmen könnten wir ich glaube was anderes kommt jetzt nicht so unbedingt in frage ja alles andere macht irgendwie nicht so viel sinn finde ich waffenmeister da haben wir ja alles schon lass uns mal die attributs verbesserung nehmen und auf stärke investieren ja ich hoffe das waren jetzt keine falschen entscheidungen so wollen wir gucken was der hier hat wow höllenfeuer handarmbrust ok ist leider nur eine handarmbrust bewirke möglicherweise brennend wenn du eine kreatur mit dieser waffe triffst während du versteckt oder unsichtbar bist natürlich leider wieder keiner von uns so richtig benutzen aber schon entweder mit bogen oder richtigen armbrüsten unterwegs sind horten der mehrere ok die kommt dann halt erstmal ins lager und die ganzen hülle baden die können auf jeden fall verkauft werden so die kommen rüber zu schatten herz da unten den hat mir runter geworfen und ich hatte ich hatte diese stein hier so much blood what the hell has been happening hortons bed ok der hat hier tatsächlich irgendwie auf leichen gepennt ja unbequem sieht das auf jeden fall aus dunkle justizia panzerhandschuhe wir mal hier gucken lang schwert weil die kaputten sachen nehmen wir mal nicht mit ich glaube sie sind auch nichts mehr wert die kammer in der buße ok hier oben geht es ja auch noch lang hier lag auch noch irgendwo ein helm rum da überladen schatten edelstein tiefschwarz wie eine sternlose nacht das sieht wichtig aus das würde ich halt auch noch mal überhalten das ist eigentlich gut geht dann erstmals lager so die sachen verkaufen wir zu waren hinzufügen und ab rüber zu gesell guck mal schatten jetzt hat jetzt schon 75 trefferpunkte durch das see rippe spinnenfleisch wir untersuchen das mal ja wird wohl nichts mal genussvoll am rohen aas lecken ja 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 was escape die ä ä über Okay, das Fleisch ist bezaubert. Haben wir jetzt irgendwas dadurch bekommen? Nö. Also Noramond ist schon echt krank, muss man sagen. Der macht hier so allmöglichen Kram immer. Ach, die sind ja auch nichts wert, hier die rostigen Sachen. Die können wir alle da lassen. Schwere Tour, da ist bestimmt was drin. Stiefel der Pracht, badische Inspiration wiederherstellen. Jo, wir haben keinen Baden dabei, also weg. Ab ins Lager. Können wir eigentlich sogar komplett verkaufen, aber solche Sachen bewahren wir einfach mal auf. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Okay, da ist nur Abgrund. Ach so, warte mal, wir können ja da noch oben lang, ne? Ich das grad sehe. Da war ja auch nichts mehr. Ach so, hier gibt's nur einen Thron. Verdrehter Knochen mag Thron. Ja, Leute, ich glaube, das ist hier das Wort zum Sonntag. Wir sind eh am Ende der Folge angelangt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.